Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Dead by Daylight. Jagd den Herzog, finde ich auch sehr gut. So, wisst ihr, was es ist? Huntress, Huntress, die singt schon. Die singt für mich, die Alte. Ich weiß, ob so ein doppelter Quicknap, ob sich die... Na, sie ist hier bei mir. Hör ab, die Scheiße! Lol. Nee, sie singt. Alter, ist die schnell. Ich wollte gerade sagen, die war ganz schön schnell. Okay, sie geht ihr hinterher, ist sehr gut. Da kann ich den Generator machen. Ein doppeltes Quicknapping, na. Ey, wieso sind wir nur zu dritt? Weil der letzte Drausgang ist oder keiner. Hä? Null. Okay. Ich will nichts sagen, aber ich finde keinen Gen. Hä? Guck doch einfach nach oben, die Lichter sieht man doch immer. Hier, wo ich bin, ist keiner. Ah, vor mir ist alle. Hat die Putt nicht gesehen? Nee, hat sie nicht. Johnny, please read the rules. This is not a thing here to say. Johnny, da könnte es den Molokka. Puttpfer. Die blöde Kuh. Machst du euch Zeit, ich blute ja nur. Ja, ich blute auch gerade, Mann. Ich bin ja von dem anderen, von dem kleinen Saarländer. Ich bin ja gleich in Phase 2, verdammt. Ich bin am Arbeiten, okay? Was ist das? Komm, rette mich vor Phase 2. Alter. Da kommt sie schon weg, hau ab. Nein, ich will nichts weiter berühren. Alter, das ist die chaotischste Runde ever, glaube ich. Oh, die hat mir einen mitgegeben. Ja, die ist doof. Ich schreibe da nicht so. Doch. Ich gebe meine Emotionen mehr Ausdruck. Oh, Alter. So ein Herzverklinkt. Ja, geil. Ich bin ein Busch. Lass mich in Ruhe. Hallo. Ich hänge. Marlin, hätte mich. Keine Sorge, die kommt in eure Richtung. Nee, kommt sie doch nicht. Ja, Fons, kannst du gleich gerne mitmachen. Du kannst mich gerne ablösen, ich will essen. Ich bin hungrig. Ablösen, sowas gebe ich dir nicht. Ist sie bei dir, oder? Nee. Herzog. Nee, ich wollte aber gerade gerettet. Da hat sich jemand erbarmt. Also kommt jetzt aber, sie ist jetzt wieder am harten. Ja, sie geht aber weg. Ja, ich weiß auch, wohin. Zu dir. Stimmt. Zu dir in die Nähe, ja. Na klar, ich habe auch gerade den Skullcheck versammelt. Ob wir das überhaupt schaffen, jetzt gerade? Ach, ich glaube, es ist ja gewesen. Ach, ich bin jetzt klug. K-L-U-K. Alter. Okay, ich bin wieder geheilt. Ich muss die Nase kratzen. Geht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich habe so verloren. Ach so. Dürft ihr sie behalten, sie sind in der Mitte irgendwo. Das soll nicht so. Ich versuche jetzt einfach so viele Punkte wie möglich zu holen. Oh Gott und Jen. Sie ist an einem Generator, den ich gerade versammelt hatte. Ich will nicht ablösen. Ohne Herzog, ohne mich. Alles klar. Fuck! Na klar, wir brauchen einen Opfer. Ich habe Skillcheck-Bahn. Ich habe jetzt Angst. Ja, er ist bei mir. Ja, er war nie schon wieder. Okay, das ist gut. Dann kann ich ja weiterarbeiten. Arbeite, du mal. Nur weil ich schwarz bin. Da hat er nicht leicht. Au! Fad mich! Ein Loot-Loot-Fan! Ein Fonz. Machen wir nicht schwach, du. Ein Loot-Loot-Fan, Alter. Ich bräuchte jemanden, der sich in der Nase kratzt. Ich bin gelungen. Ja, du hast eine neue Einstellung. Er geht Richtung Bagger. Was? Ich würde sagen, wie der Bagger ist. Ja, dann machst du gerade einen Jen? Ja. Okay. Das kommt sehr zu dir. Ich laufe zu Anni. Nein! Ich renne woanders dahin. Zu spät. Jetzt kommt es sowieso an der Rüchte. Alter! Das war ein gezielter Wurf. Nee! Äh, nee, habe ich nicht. Oh, da ist die Axt vorbeigeflogen. Lauf! Ach echt? Lock sie weg von Anni. Dann rette ich die Alten. Ah, ich habe hier ein brennendes Totum gefunden. Ja, ich gehe da gleich mal hin. Hallo. Ah, fuck! Ja, in der Ernst? Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hau an! Du blöde Kuh! Oh, direkt neben dem Haken. Natürlich. Ihr müsst mich verarschen. Ernsthaft? Ja, aber es läuft zu einem anderen Haken. Warum auch immer. Kannst du dich freiwickeln? Wo ist denn der brennende Totum? Sie läuft zu dir, Anni. Glaube ich. Derjenige, wo links von mir ist. Da ist er. Ey, ich laufe dir auch immer über die Füße, ey. Martin, ich komme. Oh, Anni, was machst du? Ich sterbe. Ja, aber warum direkt bei Martin? Pass auf, sie geht ins Gebäude. Pass auf, sie kommt wieder zurück. Jetzt hat sie mich. Geht alle weg! Pass auf, da wo Martin gerade hing. I'm dead. Ist aber echt gut, das ist immer Ansichtssache. Opfer müsst ihr gepackt werden. Ich mach's da, weil ich nicht. Hör mal. Jetzt kriegst du dich an. Wie kommt's denn hier? Nee, willst du nicht. Doch? Nein. Ich bin hinter dir. Ein bisschen. Ich weiß nicht, was ist es. Oh, Bagger. Ja, das ist der Bagger. Ja, Bagger. Ja. Alter, bist du verarschen? Das waren gerade zwei Skillchecks innerhalb von einer Millisekunde hintereinander. Hast du das gemacht oder verkackt? Dann hat sie wahrscheinlich... Den zweiten hab ich verkackt. Ja, dann musst du das Totem kaputt machen. Aber was ist das für ein Totem, bitte? Also, es gibt zwei Möglichkeiten, Leute. Entweder, ihr sammelt jetzt so viele Punkte wie möglich. Das heißt, ihr macht... Ich bin tot, wenn ich es hat. Das macht, das heißt... Oh, hat's noch! Totems kaputt. Oh! Wieso? Wieso? Aber wieso? Was ist das? Ich war da gerade so schön am Looten. Dann auf einmal war ich erst so. Daun! Sie rennt weg. Sie sucht dich. Ja, sie sucht dich. Jetzt kommt sie wieder. Jetzt kommt sie wieder zu ihm. Wie dein Baum. Du kannst sofort einen scheiß Baum, Alter. Ich bin froh. Such die Hedge! Ich sitze hier aber gerade so schön. Von salz deinen Mund. Oh, du läufst auch noch genau in sie rein. Aber wirklich gerade. Du bist so ein Opfer. Du bist noch tot. Ey, das sah gerade geil aus. Du bist so ein Lotter, Alter. Ja, du bist jetzt der Einzige. Hä? Struggle, du kriegst Punkte. Je länger du struggelst, desto mehr Punkte kriegst du. Ja. Ja gut, Leute. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ich mach's. Tschüss. Ich mach's. Eine Runde. Aber nur, weil der von so ein Zwei. Fons, schwingt deinen Arsch hierher. Ja. Nein. 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 Lass mich raten, auch Saarländer. Ist er. Hä? Alles zweimal, fuck. Taube? Bist du Saarländer? Immer noch nicht. Schade. Ach, hasseglär. Das hätte bei vieles erklärt gerade. Eine halbe Stunde weg vom Saarländer. Erzählt. Reicht. Eine halbe Stunde, sonst bin ich Pelzer oder was. Ja. Das ist gerade richtig peinlich. Auf der was, Ramba? DH. DH. Dreamhack? Jo. Dreamhack. Gehen wir auf der Dreamhack eigentlich wieder weg? Ah, drei schwarze Zun, ein weißer. Das verstehe ich nicht ganz. Ja. Ja, Dreamhack. Sag ich ja. Ja, aber wo gehen wir da wieder weg? Ich war noch nie auf der Dreamhack. Alter, Rapper. Rapper Ani. So wie auf der Gamescom, Alter. Ja, aber ich war noch nie auf der Gamescom. Auf der Dreamhack bist du. Auf der Dreamhack. Und ob er dann wieder zusammen weggeht. Aha. Nappel. Äh, wann ist die Dreamhack? Ich weiß es gerade gar nicht. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Wieso ist das hier keiner? Rapper, du verwirrst mich. Ah. Habt ihr euch jetzt beide gerade gleichzeitig gefreut? Was? Was? Oh mein Gott, Martin. Es gibt zwei Herzogs. Wie er sich freut. Ich hätte da noch ein bisschen zu längst umgebracht. War die Welt an mich gerissen. Also, Lachsenspray. Äh, da bin ich leider in L.A. Rammer. Da bin ich nicht da. Report. Report. Erstmal Steam-Profil melden. Wenn der Dreiviertel-Twitch kommt. Ja, Anni ist das andere Einviertel. Ja, ich bin das andere Einviertel, was nicht da ist. In Leipzig. Äh, nee, ich bin, äh, beruflich leider in Amerika. Tragisch, tragisch. Sag, die sollen das auf der Dreamhack machen. Muss zocken. Was? Denk nicht über den Satz nach. Doch. Don't do it. Hast du wieder deine Perlen im Bad? Nee, heut nicht. Heute Morgen habe ich mich abgefuckt, da war ich zu faul, die reinzumachen. Bist du langweilig. Nee. Ich wollte die anders reinmachen. Mach die doch so Dread-mäßig. Das wäre lustig. Mach deinen Bad so Dread-mäßig. Ich wollte dich morgen anders reinmachen. Das sah scheiße aus und hatte ich keinen Bock, mit dem Meistern zu essen. Dann bist du da raus. Ja, Ramba, einfach nicht über diesen Satz nachdenken. Doch. Don't think about it. Denk. Ist es der Weikl Meyers? Oh, nö. Jemand ist am Boot, wer war's? Ist in der Mitte, da kalt's gerade in die Mitte zum großen Boot. Ja, ich seh ihn, da kann's links. Nichts von uns. Nicht tun. Ich werd gleich wieder schreien. Ich muss niesen, verdammt. Nies für mich. Er läuft wieder in die Mitte. Er ist in diesem Check-Dringen da drin. Oh, er hat mich, die Sau. Wer ist es denn? Meyers, immer noch. Oh, Michael. Hat mich nicht, lol. Er hat mich gar nicht gesehen. Zu Rank 1. Alter, Maddin. Meyers, nicht Maddin. Hä, wo ist er denn jetzt? Bei mir. Hauptsache weit weg von mir. Der Rest ist mir egal. Also, wie viel Geldchecks kommt da gerade? Der war wirklich scheiße, der Mann. Kannst du mal sagen, dass er dich schon hat? Ich bin aufgehängt. Ach, das sehe ich. Herzog! Du bist ein Lappes. Er ist an dem Boot vor meinem Haken. Reicht's oder links rum? Ja, links rum. Rechts rum bitte gelaufen sein. ist er bei euch ja ich hole ihn mal ich häng dich mal ab nein vielleicht muss hängen in meinem knapper fleisch muss hängen alle warte ich halte ich direkt achten du mal darauf ob er kommt hatte gerade eben schon so gut funktioniert bitte schreie nicht ich habe ihn gesehen kommt zu grob folgen richtung gleich wir haben fertig das ist so mies dass ich sprengst auch kein herz schlack hat ja das ist erst beim anderen level wo geht dahin in eurer richtung hier steht alle gaben selbst platz im prinzip der war im generator ist oder weg rennen ganz schnell weil dahin ist er gerade gelatscht ist er jetzt hinter mir ja martin anja ist ja es ist probieren hallo er hat mir gelegt pass auf berühre mich jetzt können wir gehen ja er läuft nicht in eure richtung arbeite ich laufe ich arbeite nicht er hat uns gesehen ich glaube alles arbeite weit weg von mir er geht zum boot da wo ich gerade gearbeitet habe also keine panik panik auf dem kleinen boot dann hat das wieder kaputt gemacht jetzt läuft er hinter mir lang also da wo keiner von euch ist am kleinen shack entlang und jetzt da wo jemand am generator ist das ist und nicht nein relax gut alle nicht bei uns entlang wo ist er jetzt doch doch kann man jemand mit mir am kleinen rot den generator machen leute weißt du das renn weg du schaffst es lenken ab lenken ab du schaffst es renn wieder rein das ist alle diese panik bei dir gerade ist lustig ich sag ja sind irgendjemand hier ist sehen da kommt nicht immer kommt genau zu meinen generatoren ich weiß nicht wo ihr seid ich bin gerade beim kleinen Ich bin alleine am kleinen Boot. Könnte mir jemand helfen. Nein! Das ist ein kleines Boot. Ja, ich lieg, ich lieg. Ohren! Ich bin am besten, wo ich bin. Ich bin am kleinen... Baaah! Alter. Ich bin am großen Boot. Und hänge. Dann hängt man runter ab. Oh, ich schreck mich da nicht auf! Alter. Würde jemand, Adi vom Krieg abhängen? Er kommt hier, kommt hier. Nee, ihr seid arschweit weg. Macht immer den Generator und haut ab. Ich komm nicht rein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Sorry, Tauber. Ja. Vergessen musst du hoch. Alter, ich sterben gleich. Oh, hier. Ja, meine Güte, stell ich das zur Hand. Aber ey, stell. Warte, heil mich gleich auch. Nö. Pass auf, Herzschlag. Juck. Aha, du bist tot. Jetzt tannelt er auch noch. T-play. Ja, was sagt der Ani auch nicht, dass der von Anahmen kommt? Von Anahmen kommt. Geh, geh. Okay. Es ist ein ernst, Tauber. Also. Er hat... Bitter... Murmur... Pass auf, der kommt hierher. Weg, er kommt. Er sieht, wenn jemand... Und wenn jemand angehittet wurde und zwölf Meter von ihm weg ist, sieht er das auch. Aber hier lebt ja gerade alle. Alter, Herzog, hast du jetzt noch den Schlüssel? Nein. Ich bin jetzt Schlüssel. Junge, Junge. Hä, ist das dein Ernst? Ja. Hä, du kannst die Hedge damit aufmachen. Man bringe mich zur Hedge. Die ist noch nicht gespawnt. Doch, gespawnt müsste sie sein. Echt? Diese Hure, diese Hure. Weil wir mehr Generatoren repariert haben wie Überlebende. Ja, dann, wenn jemand den Hedge zieht, kann er sich Dings... Taube, lauuf! Mein Mann, bist du an einem Gent? Nein. Warum nicht? Weil hier gerade keiner ist, wo ich in der Nähe bin. Hure. Sag mal. Hast du das gerade ernsthaft gesagt? Oh, Herzog, Herzog! Guck! Lauf, Herzog, lauf! Warum immer auf einen kleinen, süßen Diabetiker? Lauf, du Sahle, der lauf! Das ist hier doch schlimmer als das H-Wort. Wir haben ihn verloren. Ich bring ihn wieder zu euch. Oh! Loll, er ist vor dir, du Idiot. Was zum Zweifel ist er da? Er geht aufs große Boot. Ja, ich seh es. Ah! Berühr mich. Nicht da! Woanders! Oh, sorry! Au! Ja, die Taube war zu laut. Du sollst sie die Nadel in mir stecken lassen. Ich kann einfach die Generator, während er mich aufhängt. Okay. Wacht mal, schnell! Er kommt zu euch, er kommt zu euch. Na klar, er hat den Sack gehört. Hä? Lol. Der lässt die Taube liegen. Heil dich, Taube. Heil dich hoch. Macht er grad. Bei wem ist er denn jetzt hinterher? Ich weiß es nicht. Keine Mann scheint. Taube, ich renne zu dir. Kann sein, dass ich... Ja, da ist er auch. Achso, den habt ihr schon, ne? Kann sein, dass ich vielleicht noch einen Freund mitkriege. Naja, er ist bei ihm. Oder? Naja, er hat... Sag mal, gibt es nur noch einen Generator, oder warum verteidigt der Ding grad so exzessiv? Keine Ahnung, ist mir egal. Wo ist die Hedge, verdammt! Ja, wo ist die Hedge? Wenn ihr alle gemeinsam bei der Hedge seid, dann könnt ihr alle da reinspringen, theoretisch. Ja, 30 Sekunden steht's offen, wenn der Herzogs aufschließt. Dann sucht mal die Hedge. Habt ihr euch gerade erschrocken? Ist das euer Ernst? Nein, nein. Also, die kann nur Basement-Level, also hier, ne, normales Level sein. Wir teilen uns auf und dann fallen wir zueinander. Ja genau, das klappt ja auch immer so gut. Wir kennen die genauen Koordinaten. Großes Boot, kleines Boot! Alter, tu es! Ich seh' Michael, der steht da oben einfach und guckt. Todeslustig, Alter. Der steht da einfach am Rand. Der guckt da einfach runter. Also, Taube am Rand ist die Hedge meistens nicht, ne? Ist eher so Mitte der Map. Ich seh' ihn. Ist der AFK der Mappe? Nein, er läuft wieder. Fuck! Fuck! Wieso in meine Richtung? Fuck off, boy! Wer steht in der Mitte? Guck ja, er auf den Boden, Taube! Die. Hä, die. Was ist denn die fucking Hedge? Der steht wieder in der Mitte, oder? Also, bei Taube seh' ich's nicht. Was macht die da, oder? Ganz viel. Wir sollten einen eigenen Generator noch mal anschneller. Ja, der ist da mit euch sehen. Er läuft Richtung großes Boot, der Boss. Hinter mir, ja? Warte, Martin! Bleib! Stopp! Geh mal zurück! Da war nix. Und dann, äh, dann aber unten Richtung, Richtung unten. Ah, ne, das waren nur Dings. Okay, sorry. Hinter mir, ne! Dann bist du hier mit mir. Hä? Falls jemand die Hedge sieht, Leute, schreit. Hab ich den grad, ich hab nicht verstanden, wie ich den grad abgehängt hab. Aber okay. Wo, wo hast du den abgehängt? In der Mitte. Am Pornboot. Er ist nach rechts laufen. Vom Boot, oder Großboot nach rechts. Soll ich euch nochmal sagen, was er für Perks hat, oder wisst ihr das? Ah, da ist er! Verdammt! Ja, weil er sieht, wenn jemand am Generator ist. Verpasst nicht. Die Palette, Palette nach. Gut, Palette ist da. Ah! Ich hab gerett. Ah, er hat gerade... Das Zucke lernt, der Sack. So läuft ja die Palette auch noch, die Feige, der Penner. Gibt's überhaupt schon eine Hedge, die man finden kann? Ah, natürlich, Alter! One-Hit-Down, Alter, er hat da natürlich. Ich weiß nicht, das könnte Strobel uns jetzt beantworten. Sieh durch, ich steh hinten am Ausgang und mach dann auf. Ja, das ist ein komisches Ding. Und natürlich. Wie lange, traust du noch? Geh zu ihm, er geht jetzt zu mir. Ja, er sieht dich, er kommt, er kommt. Wieso muss ich schon struggeln? Ich hing doch noch gar nicht. Doch. Ich weiß es nicht. Ja, egal. Manni, ich komme. Das ist ein riesen Umweg, aber ich komme. Er ist von mir. Am großen Boden. Das stoppt irgendwie. Procorino. Ja, jetzt hab ich schon, ich krieg gerade Kram in die Hand. Ach, dann hast du noch ein bisschen Zeit. Hier geh ich shoppen. Soll ich dich doch direkt zielen? Mir egal. Ist besser. Ja, halt euch. Ich geh wieder weg, wenn ich den Generaler weiter mache. Wo könnte denn die Hedge sein, lieber Chet? Ich war alle. Oh, er sagt mich. Wie weit warst du mit dem, Chet? Äh, ein Drittel. Ja, Herzog, er ist über dir. Oh, da ist er. Über, wie? Ja, da oben auf diesem Ding. Oh, nö. Das siehst du doch am Licht, du Idiot. Ich achte auf den Boden, du Nappel. Du hörst dir doch an. Jetzt guck ich auch nach oben. Das hab ich auch an. Guck nicht nach unten. Guck nicht nach unten. Nee, du guckst nach unten. Hä, lol. Nee, der ist immer noch da oben. Der stalkt. Der will stalken. Ja, bleib doch da unten. Mach keinen Mucks. Mach keinen Mucks. Eigene Schuld. Du bist in der Bärenfalle. Wow. Was für eine Bärenfalle? Hast du ja mal Glück gehabt. Ja. Alter. Ist das bei dir, Herzog? Nein. Ich weiß nicht, ob er mich verfolgt. Ich will es einmal weg, gerade, weil ich Angst habe. Wo ist er? Achso, der war da. Der war doch da beim Steg. Der hat einmal kurz runtergeguckt. Mit unten reingeguckt. Wie weit seid ihr mit den Gems? Gar nichts. Wir wollen gar nichts. Alter, das ist nicht lustig. Mach doch Gems. Ihr seid am Arsch. Ups. Ich bin jetzt zum fünften Mal um diesen Map gelaufen. Es gibt keine Luke. Wer stoppt. Ich bin da. Warte, ich schau nochmal. Der hat den scheiß Schen getreten. Willst mich verarschen. Wir sind los, los, los. Jetzt sieht man es nicht. Das kann man es doch vergessen, ey. Herzog rennt, Martin rennt und Tauber Wiggles. Gibt doch einen neuen Kinofilm mit dem als Killer. Halloween heißt der doch immer nicht. Hier ist er. Was? Du hast sie? Ja, hier ist die Hedge. Wo ist sie? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Links. Links hinten. Also von Tauber aus rechts hinten in der Ecke. Nein, nicht aufschließen. Geht rein, geht, macht auf. Nein, noch nicht. Hilfe. Ich kann sie gar nicht aufmachen. Kannst du nicht? Doch, mit dem Schlüssel. Da hast du verloren. Du hast auch einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ich kann ihn nicht aufmachen. Das wird nicht. Echt nicht? Ne. Ich weiß nicht, ob der Schlüssel dafür ausreicht. Ich habe nur einen grünen Schlüssel. Sack. Er ist wieder in deiner Nähe. Da drüben ist er nämlich gerade. So viel Space getragen. Da oben steht er. Guck. Ha. Ernsthaft? Ne, ich kann ja nichts machen. Vielleicht, wenn noch einer stirbt oder so. Oder du bist der Letzte oder so. Ja, dann geht es einfach automatisch auf. Und der Wichser schaut hier rüber. Ich kann nichts machen im Prinzip. Ich habe an euch geglaubt. Nein! Sorry. So, jetzt mach den. Hier, mach den. Los. Oder vielleicht ja jetzt. Taube ist jetzt tot. Ja, warte doch mal kurz. Jetzt? Es geht nicht. Jetzt? Nein. Martin. Warte mal, du schraub mal den Schlüssel. Geht nicht, der ist hinter dir. Ich nehme mal ein kleines schwarzes Büchlein. Martin und Herzog werden nicht mehr geholfen. Ich habe versucht, den zu öffnen, aber wenn der die ganze Zeit herkommt, kann ich nichts machen. Es ist notiert. Es ist notiert. Alter, wie der leckt, Alter. Jetzt kannst du gleich die Hitsch nehmen. Naja, jetzt kannst du aber gleich wirklich die Hitsch nehmen. Ich habe mich auch vor. Oh, er hat den gedroppt. Er hat den gedroppt. Er hat Martin gedroppt. Schau den Beat. Ich sehe noch. Mal den Stück mal schneller. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Wenn er sich unterholt hat, kannst du ihn direkt aufheben, glaube ich. Ja, versuch mal. Fick dich, Martin. Hattest du dich auf? Du bist ein Arsch. So viel zu Road to Rank 1. Alter, ihr seid so bescheuert. Ja, weh. Was bringt der es jetzt zu recoveren? Keine Ahnung, Martin. Krabbel zur Hedge. Du Pfosten. Warum hast du nicht natürlich Cover zum Pfosten? Weil ich gerade auf Cover. Aber das habe ich auch gesagt, du hängst. Sonst hätte ich jetzt mit Füßen und er schalte dich. Das sieht mich nicht. Äh, ja. Meine Sicht. In einer spannenden Phase des Spiels. Ach, erst mal auf Kage. Ich bin eine Schnecke. Ich war eh Kuchen verpackt gewesen. Eine Schnecke, die Blut verliert. Au. Hä? Hä? Er will dich ärgern. Er will sie ausbrüten mit seinem Ufarrotlicht. Pass auf, kurz vor der Hedge schlägt er dich hoch. Natürlich macht er das. Jetzt noch wüsst du, wo die Hedge ist, gell? Ich weiß nicht. Ich krabbel ja hin. Das ist direkt hier um die Ecke. Direkt hier um die Ecke, mal eine Stunde später. Krabbel, krabbel. Hat dauert halt ein bisschen. Kann er jetzt auf meiner Schleimspur ausrutschen? Lass mich! Oh! Frag mich zur Hedge! Nein! Was macht er jetzt? Das schaffst du. Ah, er ist daran vorbeigelatscht und hat doch hingeschaut. Boah, was ein Pisser, Alter. Boah, ich war durchschnittlich. Ah, geil. Was für ein Scheiß. Alter. Ich war bei mir aber durchschnittlich ruhiger hin. Todeslustig, Alter. Nein. Hey, klar war das lustig. Nein. Ich bin nicht salzig. Oh. Jetzt geh ich essen. Schreibt er nichts? Er kann mich mal. Er schreibt gar nichts. Gut so. Ich fand's lustig. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wenn man unter... ...Punken hat, dann hat man wirklich nichts beigetragen. Wenn man was? Nichts, nicht. Alles gut. Ah, ich sag mir schon, 19.41. Was soll die Scheiße? Mit dem seine Fähigkeiten. So, ich bin weg. Essen. Tschau. Guten. Hab euch eingeladen. Sind es trotzdem... Ne, drei. Kriegen wir kein random? Doch. Natürlich. Surrender sind zum Beispiel, normalerweise. Normalerweise. Hä? Das habe ich gerade das andere gesagt. Wer fehlt denn jetzt? Die Taube. Die Taube, los. Ich habe mich öfters erschrocken als vor Michael Myers. Ja, kann man doch mal machen. Kommt hin. Muss man aber nicht. Hast du eigentlich Tabletop Simulator, Anni? Ja, hat sie. Warum? Keine Ahnung. Da gibt es ja auch ganz witzige Spiele. Nein, wir spielen kein Secret Hitler. Lech. Mach ich jetzt noch mal meine Eierpackung. So, was für ein Offering machen wir denn mal schönes, hey? Alter. Also, I'm ready. Set Park. Ich sende mal ein Bild in Discord, wie mein Hund mich gerade anschaut. Was lustig ist, wenn man den Hund... You guys fix the Re... You guys fix the Re... Habt ihr gelesen? I will distract kill... Okay. Hat der Speedtake oder warum ist er so selbstbewusst? Keine Ahnung. Wir haben jetzt den Pack mit dem Teufel. Wir haben jetzt den Pack mit dem Teufel. Ich hab Deal gesagt. Birthday Cake. Vielleicht musst du aber auch so ein Daily Quest machen hier oder so. Kurzhändewaschen. Ich hab dann eingeschrieben. Was? Kurzhändewaschen? Alter. Okay. Ich möchte mir noch sagen, dass der definitiv kein Pelzer ist. Das ist ein Zugezogener, da wette ich. Wer? Der. Der. Kaupenlust. Das ist kein reingrassiger Pelzer. Hundertpro. Was? Er hat's gehört. Entferne mich zwar vom Mikrofon, aber eine Kopfhörer habe ich auch. Verdammt. Da bist du kein reingrassiger Pelzer, da wette ich. Da ist Hundertpro und Sahne nicht irgendwo drin. Ja. Irgendwelche Verwandte. Irgendwelche. Ja, klar. Mein Dorf. Ob ist der Schäfer, wovon groß hat er war. Und das besteht aus 450 Einwohnern. Und die doppelte Anzahl davon sind Kühe. Cool. Ja, cool. Natürlich. Ja, cool. Äh, Ding. In dieser scheiß Hütte drin ist das Schwarz. Ah, es ist Dings. Die, 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 äh. Nicht die Huntress, sondern Schweinchen. Ich, ja. Das wird lustig, weil du hörst den Drecksack auch nicht. Und ich hab'n gefunden. Du bist aber nicht bei einer Tür, oder? Bei einem Ausgang. Och, Parker. Ich dachte, der Typ kümmert sich da drum. Wir haben noch den Deal eingegangen. Wir machen die Generatoren. Oh, 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 oh. Parker hat einfach... Ich hab'n die Generator verkackt und dann kam das Monster zu mir. Ja, mir ist vorbeigem. Du läufst gerade in meine Richtung. Hm? Ja, ja, da geht's nicht unter mehr. Nicht? Nein, der will uns hauptsächlich anhitten erstmal wegen den Punkten. Entschuldigung. Entschuldigung. Hä, ist das ihr ernst? Ich hab'n nicht gesagt, dass ich das kann. Ich vertraue. Lass mal hier zusammen den Gen machen. Great. Oder? Oh, ich hab'n mich geräuspert. Ich glaub', sie kommt gleich zu uns. Der hängt erst im... Oh, no, no. Wir schaffen das. Wir hören nicht auf. Okay, wir ziehen durch. Und... Nein, Spaß. Der Vater, den wir, ich mit ihm gemacht hat... Ah! 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 Alter! Ah! 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 Ganz toll! Jetzt läuft sie mir hinterher. I'm down. Jetzt habe ich eine Falle. Ist das dein fucking Ernst? Ich bin direkt unter dir. Ja, toll, dass du im Basement bist. Aber sie bringt dich jetzt nicht runter. Sie läuft dahin, wo sich zwei heilen. Bye. Ich komme. Mach mal hier ein bisschen. Hast du, Anni? Was? Sie kommt wieder in eure Richtung, glaube ich. Gut, halte ich das. Sie ist hinter dem grünen Bagger von euch aus. Das passt auf. Keiner. Hier. So. Lass kurz, bevor wir den Generator fertig machen, kurz warten. Dann halten sie mich ganz kurz noch. Kommt ihr weg? Strategisch. Ich bin gleich tot, Leute. Ich bin gleich tot, Leute. Wie geht denn der andere? Der kommt jetzt zu mir. Wartet, wenn ich gleiche Dings habe, dann... Sie läuft weg. Sie läuft weg. Hä, er ist tot, wieso? Wieso ist der Typ tot? Weil er schon das zweite Mal hingelungen in der zweiten Phase vorhin war. Als ich in Abkommen gehabt habe. Ich konnte ja schnell das Film sehen. Ich habe nicht mal seinen Namen. Der 953139484. Ach, mir hat sehr viel gelegen an. 953139484. Vielleicht ist das seine Handynummer. Ah, sie weiß, wo ich bin. Löde Kuh. Ich explodiere gleich. Mein Kopf explodiert gleich. Piep, 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 piep. Ja, es ist so schön. Ja, es ist so schön. Ich glaube, ich kenne Interpreten. Echt? Ja, die... Ah, die Aurora. Ich dachte, es wird DJ Bobo. Alter. Oh, fuck. Ich bin gleich tote. Ich bin gleich tote. Kommt in eure Richtung, glaube ich. Richtung Bagger. Ja, es läuft Richtung Bagger. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Das ist ihr fucking ernst? Ich versuche gerade, diese Shirt wegzumachen. Und sie will mich jetzt noch aufhängen? Ey, ganz ehrlich. Ey, also ich habe einen Schlüssel, aber das bringt nichts, oder? No. Ja, ich komme gleich eh nicht raus. Ja, du musst erst diesen Dinger loswerden. Sie kommt wieder zu mir. Keine Panik. Ich glaube, ich bin keine Panik. Ich bin auch noch. Du könntest doch direkt rausrennen, oder? Mit dem Ding. Nein, ich kann nicht mit dem Ding. Dann platze ich. Das zählt als Tod. Ich hole dich da raus. Ja, das bringt ja nichts. Ich hole dich da. Sie muss ja dann erst die Falle lösen. Ich bin gleich tot. 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 Lauf schon mal. Lauf weg. Ich muss dich nie zurücklassen. Ja, ich bin gleich tot. Drei, zwei, eins. Boom. Ja, tot. Alter. Sich echt daran verreckt. Unglaublich. Fünf Punkte. Spiel das was? Sind alle da? Hast du überlebt? Ja. Gigi, Mr. Gigi. Wieso hast du mehr Punkte wie ich, du Cheetah? Vielleicht hat der... Weil ich mich immer um Annie gekümmert habe. Ja, das gibt wirklich mehr Punkte. Gibt's los? Du Cheetah. So, Leute. Wer Bock hat, sagt natürlich gerne Bescheid. Könnt ihr mitmachen. Haben wir jetzt eigentlich noch ein paar gemacht oder so? Videos oder hast du irgendwann aufgehört? Weil du hast keine Ansage mit deiner Moderation gemacht, glaube ich. Ich hab irgendwann einfach aufgehört. Ich brauch doch nicht so viele Aufnahmen davon. Hushu. Also ich brauch jetzt auch wieder dabei. Das ist nicht mehr. Nein. Bär. Level 10. Wuhu. Level 3. Was bin ich denn für ein Level? Achso. Fünf. Thank you. Next. Thank you. Next. Thank you for spending blood. Noch jemand reinkommt? Ja, du musst erst mal hier rennen, die Vorbereitungsfobie. Dann kommen wir nur mal. Ich dachte, jemand, mit dem man noch ein bisschen quatschen kann. Anni reicht dir wohl nicht. Echt? Kann das sein, dass keiner was im Chat schreibt? Oder mal ein Chat ist? Ja. Ich... Leute. Ich... Das ist vom Abend. Die ganze Zeit nachher. Leute, schreibt mal Test-Test in den Chat. Gestern hat anscheinend der Chat etwas rumgespackt. Schreib, schreib. Danke, Black Beat. Das habe ich jetzt bekommen. Alter, was hat der für ein Ping-Dead-Kollege? Ah, jetzt geht's. Woo! War ja mal gerade lustig. Wie geht's dir, Black Beat? Spielst du auch Dead by Daylight oder spielst du eher andere Games? Spielst du? Pui! Aus! Wieso alle gar auf der Ring? Hey, nur weil er andere Games spielt? Ein bisschen übertrieben, die Reaktion. Er hat die Ecke angeknabbert. Gibt ihm sein Pui. Ach, ich stelle dich, Kollege. Spielst du auch? Wenn du Back hast, kannst du natürlich gerne mitmachen. Blob-Tist-Tist, komm an, Alokat, komm auch an. Das beste Toy, was er je hatte. Dieser Kauknochen. Geil wäre jetzt im Stream genau da in der Ecke der Killer zu sehen wäre. Echt? Keiner von euch hat ein Overread reingemacht. Tuh! Hä? Achso, ich hab... Fuck, ich hab mal ein anderes Perk reingemacht, aber nicht, äh, Dings. Weil, ja, das einzige Overreader, das war grad von mir, was du grad weggekramt ist. Ja, ich war... Seit ich mit Martin spiele, hab ich Angst, dass ich meine ganzen Sachen nicht mehr verliere, weil ich einfach hängen gelassen werde. Gutes Flash muss abhängen. Gutes Flash muss abhängen. Gutes Flash muss abhängen. Einfach reingelassen. Stimmt doch gar nicht. Äh, hallo, Manni! Gott, hat echt ne Ping. Hat er scheiß Ping? Ich... Ich... Ich teleportier mich ein bisschen. Das sind diese großen Fabriken in der Mitte, das ist echt gut zum... ist der clown ist der clown irgendwo in der mittel der fabrik doch nicht mehr er ist der andere da hinterher die blonde tante war ist der wahnsinnig jetzt ist er oben oder was kommt er noch er ist gerade ein haus rein und hat die was wir geschliffen die fabrik ja jetzt die ganze zeit ich weiß nicht ob er weiß wo ich bin ich glaube nicht das macht euch benebelt das wisst ihr dieses zeug ich hab das putsch mich auf das wasser schmeißt er legt hier um das ist aber ich also an die fähigkeit schickste schlägen ist nur okay hier gibt es gar keinen generator im gebäude was kann der clown ich habe die noch nie gehabt der kann so der hat so ein fläschchen und der kann nicht sozusagen ja du darfst nicht in dieser wolke kommen ist er noch bei dir martin er läuft richtung fabrik ich will dich mal alter leck das warte ich halte direkt er kommt wieder er kommt wieder lauf ja das ist wieder hinter mir her pricks tunnele ey er mag dich halt ne das ist so ein verschillendes arschloch tunnele so ein spaß ey er sieht dich nö ne das sind solche spinnen die ganze zeit lauf weg er bringt mir nichts ich bin auch verletzt ich komme eh nicht vor ihm weg lol er ist richtig schlecht geh rein geh raus verdammt streckst tannle ey wo geht er hin ja direkt zum nächsten haken der ist gleich neben dran das ist normal diesen scheiß game was die piss haken nur so nahe sind wo geht er hin ich sehe nichts wenn ich tot bin ah fuck keine ahnung bist du an einem generator taube da ist der dicke man also blackbeard wenn du back hast mit zu zocken sag bescheid du läufst gerade in meine richtung geh vom check weg ich laufe ich in eine richtung ich laufe ich duke ihn macht generatoren okay da hängt da wo läuft er hin er steht jetzt erst und bereut auf sein flächen macht den generater kaputt wo ich war und läuft rechts von der fabrik da jetzt läuft er rechts zu dem rechten person die da rennt machst du generator ne ich hab grad einen kaputt gemacht ich hab sie zu dir komm du kannst mich doch holen wenn wir das da ist ist jemand bei dir ja oh nein kommt der zurück oder was hat er dich aufgehoben hängst du wieder an der gleichen stelle oder was genau der ist einfach die amt abgehoben und dann kam der direkt ist der typ noch da ist der typ noch da also der kann hat gekämpft und die hat mich runter geholt das wird nicht ich dachte der kann hat er holt sich jedes mal den wo er kaum hat weil er sein scheiß killer level aufbrechen glaubt ihr das ich weiß weil er jetzt legt ihr beide oder was weil die mich geholt hat das war eigentlich saudo sieht man viel mehr vielleicht sieht der mich nicht ich erhole mich so dass du mich direkt aufreden kannst Warte einfach, warte einfach. Nein, jetzt kommt wieder. Warte, ich bin zwischen euch. Bist du tot? Ich... Zauber ist tot, Zauber ist tot. Was sagt denn da? Ja, das tut mal wrong, der Zauber. Die Hex ist tot, die Hex ist tot. Der kommt, soweit er abhängt, kommt er zurück und jagt wieder. Die Mech, wunderbar. Nimm noch ein paar Punkte mit, mach das so dann kalt. Das war spannend. Ah, ich nehme jetzt auch Reif echt einfach nur Punkte mit. Ja, der kann's nicht mehr helfen. Lass sie sterben. Seht ihr sonst noch irgendwo was, was man kaputt machen kann? Nicht abhauen, wenn du noch einen Generator machst. Wie viel sind denn? Ich sehe es nicht. Zwei erst. Wie soll ich denn das schaffen? Drei. Also, ich dachte bei zwei kommt die Luke schon. Ja, ein Generator mehr als überlebende. Ich glänse ja mal alles durch. Bei drei wäre es aber schon gespottet, obwohl der Buch zu zweit gewesen wird. Jetzt spawnen sie halt erst, wenn der andere gut ist. Was hat denn der Generator gemacht oder ist der nur? Wo ist er? Ach, da ist er. Als ob er das weiß. Äh. Wo ist denn jetzt? Bei ihm wahrscheinlich, wenn er da so dumm rumläuft. Wie ist er denn jetzt nach da oben gekommen? Wenn er da wartet, dann mach doch einfach die Generator um ein paar Punkte zu holen. Ah ne, doch nicht. Hm. Ich versuche mal diese Krähe da gerade wegzukriegen. Hört er die? Oh doch 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 doch. Wuuuuh! Ich wusste, dass er da bleibt! Wuuuuhh! Wuuuhh! Wuuuuh! Wuuuh! 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 Das war richtig close. Richtig Miroslav Klose. Junge, mein Herz. Ey, es kam mir schon so komisch vor, ey. Alter, geht da einfach GG, ja, ja. Hau direkt ab, ich wollte gerade noch richtig flamen, ey. Ich will nicht aufpassen damit. Wieso wolltest du ihn flamen, was wolltest du denn schreiben? GG, Idiot. Nein, ich wollte sagen GG, well played. Oh, wow. Richtig krass, ey. Ja, das hat ja alles in der Zeit, das funktioniert nicht. Alter, vabalder. Ein harter Bursche. Äh, Black, Blablab. Wird auch gut spielen. Obisch, Black Beat. Blablab. Beim nächsten Mal heißt für mich, äh... Dings. Oh, ich hab gehört. Dings. Bäh. Oh, das krimmelt jetzt auch an. Das wäre lustig. Ich hab's gesehen, da hat einer so ein richtig geiles König der Löwen Live-Bild gezeichnet. Echt? Besser als deins, oder...? Ne, das war... Ich hab eigentlich mischt gemeint. Achso. Achso, du! Hier riecht's komisch. Riechst du doch, Lanni? Äh... Da hab ich wirklich was gebracht. So, okay. Ich bin ready. Oh. Ich hab unready gemacht. Wer ist denn jetzt hier nicht ready? Das müchtige Pilser. Unglaublich. Ähm... Achja. Ich hab's waschlich, der Pilser darf bloß sagen. Oh nein. Ping. Jaaa... Ich würd trotzdem noch spielen, vielleicht. Es ist ja nicht allzu schlimm. Was? Bei Gelb? Hey, ich find's echt, ehrlich gesagt, komisch, dass Strubbeln da ist. Was ist so los? Er mag uns nicht mehr. Oder so. Boah, der muss arbeiten. Arbeiten? Diese Uhrzeit doch nicht. Vielleicht hat er auch noch zu arbeiten müssen. Ja, aber da hat er das doch auch gesagt. Und da war wegen irgendwelcher... Ich weiß nicht, wegen was. Du apelst. Zeit für die Arbeit. Gehst du mit ihm raus? Auf. 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 Und bei dem großen Silo da? Ja, er hat mich gesehen. Er weiß anscheinend nicht, wie man snapped. Loll, der Typ ist dumm. Er hätte Alarne. Ja, aber weil er mich verloren hat, komischerweise. Wo bist du ungefähr, dass wir uns heilen können? Er weiß, wo du bist, auf jeden Fall. Warte, bleib da, wo du bist. Ich guck, wo er langläuft. Okay, er weiß grad nicht, wo er... Warte, ich komm zu dir. Warte. Ja. Ich bin zu Shaya-Alar gegangen, das war nicht ich. Ach, Marlin! Marlin, hinter dir! Ich weiß. Ich hab's gesehen. Ein Tor hinter der Ecke. Und, wo ist er? Er war grad bei uns. Aber jetzt nicht mehr, oder was? Aber da. Die Karte hier kenn ich auch noch nicht, find ich das. Nicht? Generator an dem einen Tor, Marlin, da wo wir waren. Ich bin grad nicht, so ein riesen Silo. Was mir gekippte. An dem Chen. Ich such' gerade Totems zum kaputtmachen. Okay, jemand hat ja anscheinend schon Totem kaputt gemacht. Oder vielleicht war auch ich das. Hallo Doktor, tschüss Doktor. Er kommt in deine Richtung. Fauburg, hin. Ist im Silo 1. Ich hab aber noch gar keine Kiste gefunden. Er ist schon wieder bei mir hin und her. Hier im großen Silo steht ne Kiste. Ich geh mal zur Kiste. Hätte er das gesehen. Unglaublich. Nicht zu mir. Anni, er ist direkt da vorne. Ich weiß. Ich mach hier eine Ableckung. Keine Ableckung. Mein Problem ist, dass ich auch hier bin. Ah, da. Er läuft an das in die Mitte. An diesem großen Wrack. Siehst du ihn noch? Wir sind auch daneben meines Hagens. Ja, ich seh ihn auch. Er ist hinten im Maisfeld, also können kommen. Können hören wir ja schon. Es sollte hier nicht noch so ein anderer Dude sein? Ist das auch irgendwo? Ist das auch irgendwo? Hm. Wo ist er denn? Ah, ich seh ihn. Wir fahren irgendwie nicht so viele Generatoren. Ich glaube, er läuft. Einen ist jetzt repariert. Scheiße. Ja, der eine ist. Wir nehmen den als, ähm. Hallo, Richie. Ja, mir geht's gut. Und dir? Warte, ich hol den gleich mal. Wo geht er denn jetzt hin? Wahrscheinlich ist da, wo der Generator gerade repariert wurde. Ist das bei dir, Tauber? Nein. Ist er bei dir? Ich bin hier bei dem anderen. Und irgendjemand hat den im Schlepptauer, kommt hierher. Ja. Tut mir leid! Ich hab keine Ahnung, wo ist. Da vorne hab ich grad gesehen. Tauber. Tauber. Komm mal zum Mähdrecher. Ich renne! Oder ist er grad hinter dir? Oh, er ist genau hinter mir. Seit 13 Umdrehungen ist er hinter mir. Ich mach jetzt grad mit dem anderen Typen Generator. Martin, hol du den gleich mal. Mir geht's auch gut. Ich geh jetzt in die zweite Phase. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Wir sehen. Ich muss Space drücken. Oh fuck. Ah, der ist verkackt. Hä, bist du dämlich? Wieso hast du nicht gedrückt? Ich hab einen abgerutscht und bin auf alt groß gekommen. Alter. Wer bist du dämlich? Boah, fuck. Der Wichser hat Ruind drin jetzt. Irgendwie. Er hat aufs Ding getreten, das ist aus dem Kopf. Er war grad bei uns und hat's auch ange... angetreten. Wir sind gleich fertig mit dem. Ja, er ist bei mir. Du bist bei mir irgendwo. Ja, ich bin auf dem Hügel. Mach weiter. Ja, ich bin nur zwei Meter von hier. Hallo, Red Horse. Ja, aber du kannst ja trotzdem weitermachen. Warte, er läuft in die Richtung, wo ich grade das gemacht hab. Nee, jetzt ist er immer noch auf dem Hügel. Ah, er hat mich aufgehoben. Und wir gehen am Check hin. Er geht hinter mir weg, also du bist safe. Aber warte, ich guck mal, ob ich den gleich nochmal seh. Ja, da ist er, im Ding. Ah ja, da. Aber er läuft wieder zu mir. Ich hoffe, dass er mich nicht gesehen hat. Ja, ich glaube auch, dass er dich gesehen hat. Scheiße! Er hätte dich nicht gesehen. Doch! Ich hab doch gesehen, dass er mich gesehen hat. Thank you! Wuhu! Ey! Alter, ich folg da rüber! Kollege! Ja. Er ist grad bei dem Schweine-Ding. Ne, sag nicht, komm, wir waren nur eine halbe Bandage. Ja, ich hab dich ja vorher damit geheilt. Ja. Wo du den Augen hast. Wo du direkt unser Ding überheilt hast. Und der Buck. Hat er das jetzt ernsthaft mit dem Seppen verstanden? Jetzt erst? Komm, 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 komm! Da kommt in eure Richtung. Richtung Track. Martin, ich helf dir gleich. Ich hiel dich gleich. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich seh dich aber. Ich komm zu dir. Da ist grad schon hier weggelaufen. Die Richtung. Geradeaus, oder was? Richtung. Also so ein bisschen rechtsometrisch, ne? Alter. Wir müssen das jetzt mal hinbekommen. Ich weiß, wo zwei Chins sind. Ich weiß, wo ein Chins sind, aber... ... Da ist sie da so art, ja? Ja, ich seh's. Er hängt. Ich geh dann gleich zu ihm. Ich geh einfach jetzt straight zu ihm. Hey, das hat doch geklappt, das Anhuck. Oh, jetzt hab ich ihn damit... Ich wollte gerade sagen, ich hab ihn auch jetzt nicht direkt umgebracht, Alter. Oh, Alter, kann mal jemand herausfinden, wie lange das Wiggeln eigentlich braucht, wenn man von Anfang bis Ende wiggelt? Ja, Martin, du schaffst es. Wir sind beide da. Ja, die Hedge wird jetzt kommen. Gehen die an der Aktion, gerade wer sie sehen. Er hat Overcharge, Monitor and Abuse, a bit of Humor. Natürlich, hab ich gesehen, bist du verarschen. Ende, die links-rechts-Kombo an. Wow. Was, er hat den gut verwirrt. Links-rechts. Guck, ob er dir noch folgt. Bleib oben drauf. Der folgt mir, ich hör' doch. Ja, aber da stand doch noch Escaped. Ich hör' aber den Herzschlag, der ist presst hinter mir. Okay. Hör'n für dich mit. Komm, diese Herzschlag, komm her, Beifuß. Herzschlag ist wegen dem Brain, weil du den Kedings bist. Wo ist denn die fucking Hedge? Beifuß, Hedge, Beifuß. Jetzt ist er bis hinter mir. Nee, da ist hinter mir. Weil da war gerade der Schlag. Da war echt gerade der Schlag. Da war der Schlag. Boah, wo ist denn die fucking Hedge? Kann die da drin sein? Prinzipiell könntest du überall auf der Scheißkarte spawnen. Versteck dich in einem Schrank, wenn er nicht mehr hinter dir ist. Du kannst mit alt zurückschauen. Ah, er ist hinter dir. Verdammt. Ey, ich war schon längst. Wo ist denn die Hedge? Was ist das? Hätte ich gesagt, wenn ich sie gesehen habe. Hör auf. Hör auf. Sucht er sie auch? Ja, da drin ist sie. Da drin? Boah, wie arschig. Was macht er gerade? Sucht er sie jetzt mit dir? Geh rein, geh rein! Nee, die ist da nicht drin. Doch, lol. Rein! Alter, hast du Glück gehabt, Alter. Junge, Junge, Junge. Todesglück, Alter. Schreibt er jetzt auch noch GG, oder nicht? Nö. Ja, das konnekt ja Salty. Ich frage mich nur, warum ich nicht aufgehauen habe. Der ist direkt am Haken vorbei, Hört. Ich weiß nicht. I don't know. Das ist aber auch noch mal. Bi, 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 bi. Wohin, wie lange ist denn Herze? Ist er mal langsam fertig? Mit Essen, oder was? Das musst du ihn fragen, nicht mich. Hallo? Mal schauen, ich hab Zeit. Genau drei. Genau, genau drei. So, ich kann ja jetzt gar nichts machen. Äh. Weißt du, was mir gerade auffällt, Anni? Jedes Mal, wenn ich gerade ein Blatt mit drin, also wieder aus dem Ding rausgehe, wo ich die Einladung sehe, und irgendwas anderes mache, nennst du einen. Aber jedes Mal. Da geht doch noch ein, ja. Hm? Hm? Bist du nicht, nenn ich. Ich hab nochmal. Ganz ruhig, ich hab ihn noch nicht angenommen, aber ich war im Hut jetzt. Aha. Ich dachte schon, es wäre mein Fehler. Es tut mir so leid. Mal belegen, was verkolle ich mir? Äh. Irgendwann über dieses gerissenes Fleisch, oder Niederwild? I don't know. Was? Niederwild? Er mag es gerne wild. Keine Ahnung. Aha. Okay. Unbestreitbare Fähigkeit, Gefahr zu spielen. Hast du es auf Deutsch? Ja, ich auch. Lustig, ich nicht. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch so komisch Niederwild. Ich würde sagen, ich wechsle mal den Charakter. Klepp spielt gerade mit meinem Hund, mit meinem Hund, bring das Stofftier. Und das ist immer an meinem Greenscreen vorbei. Der Hund ist theoretisch die ganze Zeit hinter mir, nur ihr seht das nicht. Aber das Gute ist, das macht er auch von alleine. Also der bringt es einem von alleine, das muss man gar nicht ihm beibringen. Und der kann das irgendwie anscheinend 20 Mal machen. Ist der nicht müde? Ja, das muss er 18 Mal machen, dann ist er fertig. Gott. Bei wie viel bist du? Weiß ich noch nicht. Er hat noch zu oft geknäht. Dann schmeiß doch mal in die andere Richtung. Mein Gott. Das hat mal was anderes zu tun. Alright. Der Ki-Minister. Ki-Amen. Ki-Amen. Bei mir ist da kein Ki-Amen. Ja, jetzt ist er weg, der Ki-Amen. Der Amen. Dann ist die Lobby im Arsch, wenn du rausgehst. Hä? Das schaut keiner mehr nach. Doch. Der ist jemand. Der kann doch nicht direkt. Schnauze-Fury. So ein kleiner Klöffer. Anni. Das sagt die Besitzerin, die selber so groß geratene pelzigen Ratte. Was nennt man Fell? Ach, echt? Hätte ich nicht gesagt. Ja, doch. Gut, dass du es mir sagst. Ja. Oh mein Gott. So, neue Runde, neues Glück. Und es geht weiter, 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 weiter. Das war ein bisschen Nasenspray. Nasenspray? Ist das deine Sucht oder bist du wirklich krank? Sucht. Ist das ernsthaft deine Sucht? Süchtig. Hä? Ja, das macht wirklich süchtig. Oh mein Gott. Problem ist, wenn du krank bist, wenn du nimmst es, dann wird die Nase trotzdem nicht frei. Ja, natürlich nicht. Das ist das Problem. Was erwartest du? Freie Nase. Alter, erstmal nebendran. Ja, okay. Kissen. Okay. Ich habe mich selbst zu heirieren und ich habe einen Medi-Kasten. Geht das dann schneller? Nein. Zuerst werde ich den Medi-Kasten auch, glaube ich. Der Medi-Kasten dann schneller, wenn ich da eine Skill drin habe. Und wer hat sie schon gefunden? Es ist auf jeden Fall ein nicht das Schwein. Der Mr. Jazzbrah. Toll. Der Eis hier nicht mit uns reden kann. Gib mal. Uh, der ist auf der ganz anderen Seite. Das finde ich gut. Hm. Es ist der Trapper. Und der ist gleich hinter mir hier. Der Generator ist gleich fertig. Der Zebra will sich gleich umbringen. Ja, nein. Der will sich nicht umbringen, der will sich selbst bekommen. Oh, er hat sich selbst. Null. Nee, es ist Mr. Dingle-Dongle. Ah ja, Dingle-Dongle. Dingle-Dongle, Dingle-Dongle, Dingle-Dongle ist bei mir. Dingle-Dongle. Der ist gerade durchlaufen, weiter. Das ist kurz um mir die Punkte. Richtig, meine Punkte. Kurz weiter. Nee, nee. Hallo, Lady. Was? Snow? Okay. Ich bin auf dem Weg. Oh. Was? Oh, wo ist er hingelaufen? Ist noch vor, ich sehe ihn. Hinten. Pass auf, er kommt. Was ist auf, er kommt? Mal den Befühl auf die Ferne, Mal den. Oh, Pony. Loll, er war hinter mir. Ich bin ein bisschen mit so jazz. Alter, ich bin schon dead. Warst du schon der zweite Phase? I don't know. Finde keinen Haken. 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 Sage ich und er findet einen Haken. Der harten Haken. Er bleibt kurz stehen. Alter, er ist so ein Idiot. Er bleibt jetzt ernsthaft stehen. Jetzt geht er. Nein, er geht nicht. Alter, der kriegt gleich ein fucking Report von mir. Er geht raus. Er kommt wieder rein. Alter, der kriegt gleich sowas von ein fucking Report von mir. Er steht immer noch hier, Leute. Lauf hin und leg ihn ab. Nein, macht das alleine, Leute. Ich struggle. Ist eh bei mir. Jetzt ist er wieder bei mir gleich. Ich bin gleich wieder tot, aber das ist okay. Ist er bei dir? Bei mir gerade nicht. Da ist er bei mir. Er läuft zum Silo. Ja, da bin ich nicht. Aber das war nicht gut. Da bin ich nicht. Ja, das nächste Mal, wenn er mich huckt, bin ich tot. Wie geht's dir denn, Lenny? Alles gut bei dir? Wenn doch jemand denn gerade einen Generator macht. Mach ich jetzt den letzten. Ja, mach mal. Das war mir. Ich weiß nicht, wo bei mir heißt. Keine Ahnung. Ist was denn in dem Haus drin? Ich will gerade beide drüber sprechen. Ich bin escaped. Wer macht den, äh... Okay, Martin rennt da, wo ich gleich auch rennen will. Ich mach den anderen Aufgang. Aufgang. Pass auf, Martin. Er ist hinter dir. Ach, echt? Ich mach auf, ich mach auf. Überleben. Machst du den anderen auf? So, und offen. Bei mir ist auch alles gut. Ja, mein Problem ist, dass er immer noch in dem Herd ist. Und mich gleich hat. Ja, warte, ich mach den auf, dann kannst du gleich hier direkt reinrennen. Äh, machst den auf, das bringt mir nix. Taube, hilfst du ihm? Ich kann, ich kann, äh, wenn ich noch einmal hänge, dann bin ich tot. Ich brauche, ne, was auf, der war. Mal noch. Bist du tot, Martin? Nein. Warum nicht, sind beide da? Bringt aus, ne, vier. Kämmt er? Er kommt zurück. Lauf, lauf, lauf. Lauf zu mir, lauf zu mir, hier ist einer offen. Nein, 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 lauf rechts. Sind beide offen? Ja. Sagt, wenn ihr raus seid. Den Hit für dich, Martin. Ich tanke ihn. Nein. Oh. Ich bin raus. Ah. Seid ihr beide auch raus? Ja, 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 dann kommt man raus. Boah, Alter, ich bin gerade noch so in die Seite reingerannt, wo ich gerade hauen wollte. Junge, Glück gehabt, Glück gehabt. Alter, der ist aber echt nicht lustig. Voll der Camper, ehrlich gesagt. Boah, ich bin verdient geil. Also ein GG kriegt er von mir ganz bestimmt nicht. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin drauf. Pardon. Level 12, bin ich mit dir schon. Äh, wupp, wupp. Bei mir ist auch alles gut, Lely, falls ich das noch nicht gesagt habe. Hello. Ich lade Herzog einfach noch mal ein. Herzog! Oh. Herzog, ich lade Herzog, ich lade Herzog mit gebeten. Ich brauche auch nie zu melden. Boah, 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 boah. Okay, boys. Okay. Achso, ich muss ja noch, äh, noch. Wett offen und so. Ach, das müssen wir nicht machen. All right, I'm ready. I am ready. I am ready. Ich bin mal mit ihm, warum? I am ready. Claire, Anne, Swanschuhe. Oh, morgen, Wochenende, geil. Morgen ist erst mal Freitag, ganz ruhig. Eiech. Gute Nacht, Urban. Schlaf gut. Die Lisa ist da. Noch drei fucking Wochen, ey. Dann? Jetzt Weihnachten. Junge, ich denke gar nicht an Weihnachten. Dann habe ich endlich wieder Urlaub. Ich mache morgen Urlaub, den ganzen Dezember. Was? Du hast den fucking ganzen Dezember Urlaub? Oh ja. Hatte ich auch schon. What the fuck, wieso? Ich noch, äh, weil ich am Ende der Ausbildung bin, noch Urlaubstage übrig hatte und, äh, der Firma ausscheide. The fuck? Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht? Guck mal. Was? Ausnahmelskauf mal. Toll, und was macht man da so? Oh ja, verkaufen. Oh, verkaufen? Das sind die, wo sich im Regal verstecken, wenn du guckst. Aha. Oh ja, genau. Wir haben keine Regale. Verdammt. Lol. Junge, was machst du denn ganz im Dezember? Ich glaube, ich, ähm, ich weiß nicht. Du hast noch gar keinen Plan? Fährst du nicht irgendwo hin? Im Urlaub fahre ich, ähm, ab dem am nächsten Dezember fahre ich in Urlaub, aber davor gar nichts. Hammer. Das hört sich ja wie ein Traum an. Dafür geht es bei mir aber auch schon am 5. Januar weiter. Wow, so hart. Du hast so einfach. Oh Gott. Ey, so schlimm. Ja, das ist wirklich hart. Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich auch. Januar eine Woche gearbeitet und Februar eine Woche gearbeitet. Und den Rest hatte ich frei. Alter. Tja, ich hab noch frei. Ich hab auch die Überstunden gemacht in der Zeit. Und ab nächsten, also ab Januar bin ich dann Rettungssanitäter in Mainz. Also falls euch, einer von euch da irgendwie verletzt, ja. Also so, was sagt uns was? Wenn wir uns verletzen wollen, nicht nach Mainz. Ja, genau. Weit weg von Mainz bleiben. Können wir schnell hin. Genau, wir fragen dann einfach nach der Taube. Das weiß bestimmt dann jeder, wen wir malen. Die Taube los. Der Typ, der die doppelte Dosis Morphium reinhaut, ah, den kennt ich mir. Wer sagt mir was. Wer es ist, oder was? Ich dachte eigentlich schon das Boot, aber... Ja, ist das schön. Was ist der Doktor? Schon wieder? Hör, wieso werde ich hier oben geschockt? Ich bin doch nicht mal in der Nähe von dem Wichser. Vielleicht hat er in deine Richtung gesürbt. Die Taube wird gesettet und da er in meine Richtung steht, zum Doktor hin, kriege ich es noch ab. Schweine rein. Hey, 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 hey. So, jagt er dich, Taube? Ich sehe das mal als ein Ja. Geh mal weg vom großen Schiff, da bin ich drauf. Es gibt Sprachschiff. Vom großen Schiff. Halt deinen Mund. Alter, der jagt mich die Planeten. Nein. Das ist einfach Generator, ne? Aber das wollte ich dir auch sagen. Besser dicht wie mich. Du hast halt Spaß, oder? Dass er da auch nicht hintersteigt. Pass auf, ich bin gleich durch. Richtung Sechse, Richtung Sechse. Oh nein, oh nein, du schaffst das. Er ist umdrehen, oder? Er hat dich. Mein Gott. Ich glaube, das ist mir selbst aufgefallen an ihm. Wo geht er mit dir hin? Rechts, links? Rechts? 2000 Punkte fürs Wegrennen. Einmal der Tor, der Loser. Ich glaube, ich muss mich beruhigen. Reif. Einfaches Gehirn. Ist er immer noch bei dir? Er ist bei der Person vor mir. Ich glaube, kein Unge das ist. Das ist eben Blisa. Der Blisa. Ich hoffe, die holt mich jetzt nicht runter, weil dann... Holst du dich? Ist die von dir weg? Ach. Okay, ich laufe schon mal in deine Richtung. Ist er von dir weg? Der ist ziemlich in der Nähe. Aber er muss irgendwie aufhängen. Soll ich dich holen jetzt, oder nicht? Ja, es funktioniert. Du kannst mich holen. Da rennen wir jetzt zum Boden und müssen mich beruhigen. Okay. Boah, klatsch ans Gesicht. Ich klatsch dir dann einer. Komm nach hier hinten. Komm nach hier hinten. Hör auf zu schreien, du Sau. Komm her. Ne, warte. Ich kann dich gerade nur healen. Ich muss mich selbst beruhigen. Achso. Er kommt. Pssst. Das ist nur mein Herz. Halt deine Fresse. Okay, ich geh. Tschüss. War schön. Okay. Ist mir zu doof. Muss ich mich jetzt auch raus, hey, Dingsen? Ne. Ne, du kannst dich erst, wenn du drei hast, beruhigen. Und weniger wie zwei kriegst du gar nicht raus. Man. Mehr. Der ist schon kräftig am struggeln hier, der Armer. Hol den ruhig. Ich bin die ganze Zeit am Muten. Ich bin dabei. Ich wollte mich doch noch sowas von. Ich kann nicht heulen. Oh Gott. Ich muss das jetzt gerade irgendwie aufnehmen. Das war jetzt knapp. Niemals. Das war jetzt so geil, Alter. Ich schreie es ja immer noch rum. Und wieder daneben. Alter, lach nicht so laut. Du hast zu Glück gehabt gerade. Ich komme, ich kriege mich jetzt mal. Nein. Nein, ich bin hingeblieben. Nein, jetzt hat er nicht. Du musst vom wegrennen. Wo geht er mit dir hin? Mit dem Haken, wo wir gehören dran. Nett. Und seit ich glaube, der mag ich nicht. Wo geht er hin? Geht er nach links? Ich sehe es nicht. Nö, es kam von ihm aus etwas nach rechts. Das ist schon ein großes Boot. Nö, in der Mitte. Ich komme mal zu dir. Ich komme in die Finger. Am großen Boot ist er. Ich komme nur bald. Ist er immer noch am großen Boot? Ist er wirklich schon wieder bei mir? Das ist doch sowas von... Okay. Bist du tot? Ja, wenn ich jetzt aufkomme, dann ist er tot. Ich habe euch viel Zeit gegeben. Alter! Ich habe die Auszeichnung Flüchtlinge bekommen. Toll! Du Flüchtling. Ja, das ist hinter mir her, Ani. Hinter mir? Hinter mir doch nicht. Ich bin die andere, die frei ist. Weiter hinten ist er, Junge. In der Richtung. Ja, ich bin die andere, die sind gerade auf dem Schiff dort. Alter! Das Gleiche kommt er her wahrscheinlich. Aber wir machen auch zu Ende. Wir machen zu Ende. Ja, er kommt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Der ist hinter dir her. Oder? Ja. Gut, der heißt er auch nicht. Das habe ich auch nicht die ganze Zeit gemacht. Um ein Ding rum, da kommt er nicht drauf klar. Das ist um wieder eine Runde. Das ist irgendwie lustig. Ah, er hat gelernt! Verdammt! Ist das lustig. Lange. Ah, verdammt! Bis du diese Wegrenntechnik gemeistert hast. Verdammt! Hallo, ihr müsst nur noch einen machen, Leute. Der eine, der da am Boot. Ja, genau. Bist du das, Martin? Martin, machst du gerade einen Generator? Ich bin hinten am Generator, ja. Ah, ja, okay. Der, den ich... Ja, nee, der davor ist, der ist fast fertig. Aber egal. Ja, genau, ein weiter runter. Da ist der. Da ist der fast fertig, eigentlich. Oh, ich sehe ihn. Auf dem Boot. Ja, ich habe immer noch Heartbeat. Der ist hinter mir, sozusagen. Auf dem Boot. Ja, nicht auf dem Boot. Er läuft jetzt weiter hinten, da, wo der eine Generator fertig ist. Der eine hilft dir jetzt, ne? Sehr gut. Ja, der ist durch, der ist durch. Okay. So, dann kann mich mal einer holen. Der eine Ausgang ist da, der andere ist rechts. Der läuft in der Lisa und da, ja. Wow. Das ist fast pervers. Ja, da genau rennt er hin. Da genau rennt er hin. Pass auf. Ja, ich weiß. Er macht eine Tür auf. Wie lange das selbst heim dauert? Ja, zehn Jahre immer. Sag, wenn die Tür aufgeht. Nein, ich kriege Punkte. Lass. Er kommt. Ja, die andere. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Pst, pst, pst. Das ist Lisa sterben. Oh, das ist gut. Er kommt nur zur Richtung, pass auf. Lass durch, lass durch, lauf! Lass sie zurück! Ich geh schon mal, du kannst ja helfen, wenn du willst. Der ist sowieso nie. Der ist eh tot. Meins sind tot. Und mehr Punkte als Lisa. Ja. Hi, Haters. Der hat gar kein, der hat gar keinen Perk drin gehabt. Null. Wie, die Mail kommt zurück? Wer hat dir denn die Mail zurückgeschrieben? Also, wer hat denn dir die Mailadresse gegeben? Oh, Russe. Die, 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 die. So. Mann, wieso sterbe ich denn jede Runde fürs Team? Worum geht's denn? Die auf meiner Facebook-Seite steht. Jetzt kommt's, ey. Da muss ich ja immer selber schauen, welche Mail da steht. Give me a second. So, ich hab euch eingeladen, Dudes. Aber natürlich. So. Let me check for a second. Ich würde es mal gerne überleben. Einmal. Möchtest du das wirklich? Und nicht drei Minuten Zeit für euch rausholen, währenddessen keine Generatoren gemacht werden. Mö, 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 Mö. Wer verstehe ich gar nicht bei dem Kerl? Ich schübe. Ich schübe. Ähm, warte mal. Ich wisper dir mal, geht das eigentlich so einfach? So, äh. Hast du die bekommen hier? So, warte mal kurz, das muss man hier eben weiter am Blattweb machen. Äh. Oben auf meinem Header, give me a second. Was musst du eigentlich? Also, die Mail müsste eigentlich. Was geht's denn? Oh mein Gott. Alter. Also, wenn man nach Ani googelt, auf Facebook ist, also, auf Facebook nach Ani guckt, gibt's mit leider fünf Stück. Ja, da darf man nicht schauen, du, da darf man nicht. Hello from Germany. Okay, äh. So. I'm ready. Sag gerne Bescheid, wenn das geklappt hat. So. Seht ihr den Namen? Alter, Schaube. Siehst du den Namen? Oh ja. Alter. Alter. Alter Taube. Jetzt fragst du auch noch, wo er jetzt herkommt? Ne, er weiß. Spät. Oder er hat Angst und macht jetzt ein Disconnect oder so. Ich hab doch geschrieben, PN me, verdammt. PN me. Alter. 20 Bucks. Ah, 20 Bucks, I mean. I'm mean. Oh mein Gott, das ist böse. Hunde welpen, Hunde welpen, Hunde welpen, Hunde welpen. Man macht ein bisschen krank im Leben. Man muss halt wissen, Kunde abbleiben. Blue, 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 blue. Ja, ne, lu. Alter, ich hab bald für den Klesien-Scheiß-Channel hier einen Sub aufs Twitch, wenn das weitergeht. Was? Ich hab schon wieder ein Geschenk bekommen. Echt? Von wem? Naja, die du wieder, äh, Subbomben hochgehen lassen, in dem einen Channel, wo ich auch noch drin bin. Cool. Die ich in den Hintergrund laufen lasse. Was wird denn da gezockt? Gar nichts, der macht Musik. Deswegen muss ich schnell im Hintergrund laufen. Cool. Mucke. Da meine andere Musikinterpretin gerade nicht da ist, bin ich bei ihm. Der lässt Techno laufen. Hartstelle zusammen. Cool. Los geht's. Also rauf zur Ruhe Stätte. Entspann dich. Ich muss hier weg. Wer ist es? Der 20 Bucks ist hier. Ey, ey, ey. Wir standen direkt, die alte, die 20 Bucks. Ich weiter, aber der Ungesprach steht vor mir. Ich hab Hartbeet hier, Junge. Ach, das ist schon wieder der Klöckner von Notre Dame. Ist immer noch hinter dir, ja. Ja, das ist immer noch, ja. 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 Ist immer noch hinter mir. Ja, ist immer noch hinter dir. Ja, das ist doch lächerlich. Wieso bin ich denn immer der Erste? Ich weiß nicht. Ich bin so charismatisch. Du weißt doch, Tivo am lautesten schreit sind immer die Ersten. Das ist immer so. Das ist immer so. Oder die Schwarzen. Lofek! Ich weiß nicht, wo der ist, der müsste nur hier sein. Ich hab ihn nicht verkaufen sehen. Doch, der ist weggelaufen. Der muss bei euch sein. Ja, ja, er ist auch bei uns. Gott, das kann sein. Pass auf. er hat mich in den dreck sauf da hat er die pilot in der fresse das war die legge die legge die legge Wir haben noch nicht mal einen Generator angefangen. Dafür habe ich schon zwei Totems kaputt gemacht. Ja doch, einer ist fertig. Mr. I'm not gay hat es gemacht. Pass auf, er geht hinter mir weg. Pass auf, er bimmelt wieder. Wer auch immer jetzt gerade im Schrank ist. You are not safe. Okay, so let me get here. Ich hab Angst. Diese Karte irgendwie voll klein ist, gell? Die sind alle so klein. Wer geht zu gay? Der macht die ganze Zeit. Der macht Fluchtpersonen. Der gay. Hey, hat er sich jetzt selber runter geholt? Nee, ich hab ihn runter geholt. Ich bin beim kleinen Shake, Leute. Wer hat mich dafür bezahlt? Am Generator. Na ja, sag ihm, du musst ihm 20 Bucks, also er muss dir 20 Bucks jetzt geben. Hm? Ja. Ich weiß nicht, wo der Handy rumliegt. Ich weiß nicht, wo der Handy rumliegt. Also der eine Generator beim Check ist gleich durch. Ich bin mal schnell die Points. Da ist auch einer, der ein bisschen angefangen ist. Ja, dann mach mal. Danke für die Hilfe. Kommt er zu uns? Oh, ne. Ne. Der hat sich gerade selbst hingebracht. Der geht auf. Mr. Geh hat kein Bock mehr. Geh, der geht. Auch wieder gleich ein Generator. Er läuft zum Bagger. Ja. Nee, zieh durch. Zieh durch. Doch, du ich. In dem Schrank, ne. Da bin ich, hallo. Wie ist er bei dir? Ist. Ja, schon. Doch, alles, ob er das weiß. Geht er ins Basement? Come on, come on, geh ins Basement. Ja. Martin, mach weiter. Martin, mach weiter. Ich helfe ihm gleich. Ich helfe ihm gleich. was. Ach ja. Hey, er weiß, dass ich hier im fucking Schrank bin. Oh. 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 Was. Er wusste, dass ich hier im fucking Schrank bin. Warum ich direkt struggeln muss? Weil du schon mal geholfen hast, du. Was ein Pisser. Ach, das ist ja kackbar. Er guckt jetzt in jeden Schrank rein. Hey, Stream Sniper, Stream Sniper. Nee, der tut jetzt so, als hätte er nicht gewissen müssen, wenn er in jeden Reinkommt. Ohne Stas, Stream Sniper. Woher soll er das denn wissen, ganz ehrlich? Ich schau mir gleich seine fucking Perks an, ey. Das ist so ein Problem, ich kann nicht helfen, man will. Das ist perfekt. Ja, ist okay. Mach einfach. Such die Hedge. Aber vorsichtig. Mut und geborgene. Hat er, dass er das sieht? Dass wer im Schrank ist oder so? Ja, er ist bei mir. Das ist ein Verarschen. Er wusste genau, wo ich bin. Taube, was hat er? Dass er die Blutspur länger sieht, dass er im Dunkeln wieder sehen kann und dass er sich schnell davon schlägt. Alter, voll der Stream Sniper. Kannst du ja nicht sagen, oder nicht? Leute. Also wenigstens. Komm, geh auf! Du schwule Hedge! Jetzt, 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 jetzt! Geht's? Das Problem ist, der steht direkt davor. Jetzt müsste er sich aufgehen. Er kann dich rausheben. Pass auf, ey. Ich weiß. Pass auf, pass auf! Alter, das ist so ein Pisser. Das ist so ein Pisser. Geh, 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 geh einfach. Nein, 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 nein. Dann hebt er dich raus. Du nicht. Martin. Komm mit uns, ich packe dich mal. Dann bist du. So ein Pisser. Du hast den längeren Atem, Martin. Schade, der hätte jetzt hier gleich gehen können. Geh, 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 oh mein Gott. Bist du durch? Hast du es geschafft? Ja. Ist er direkt raus? Ist er direkt raus gerade? Also bei mir ist er noch nicht raus. Wurde auch direkt raus. Junge! Mein Gott, ey, mein Herz. Ja, genau. Au! Jetzt willst du es aber wissen, oder? Boah! Boah! Ey, bin ich dran. Ähm. Alex, ich bring dich um da. Ja, schreibt er noch was? Ja, der fragt, ob er noch etwas ist. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Oh, was ein Arsch! Alter, in den langen Haaren geräuscht, dachte ich mir. Raus, zweites Mal rein. Alright. Well played! Well played! Verdammt! So. Oh, Mann. Wieder gestorben! Wieder gestorben! Ich bin, glaube ich, der einzige, der fast jedes Spiel entkommen ist. Es ist saulächerlich, dass ich jede Runde sterbe. Ich mach so zweieinhalb Generatoren und sterbe. Soll ich dir was sagen, Taube? Besser du wie ich! Arthur! Ich take one from the two. I think the same. So, loadout. Okay, ready. Was sind eigentlich meine Dailies? Wo sieht man die nochmal? Wenn du das Spiel öffnest. Mehr weiß ich nicht. Weil du konntest immer nochmal angucken. Mann, 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 Mann. Kacke, ey. Wenn wir mal überleben. Ein Königreich ist für einen Sieg. Aufhören, sich selbstlos zu sein. Hä, 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 hä. Aber... Ey, du brauchst nicht aufhören mit Selbstlos. Du musst nicht aufhören. Nächstes Mal das Essen. Laten. Ja, ey, hör doch mal auf. Ah, für die Dailies einfach das I neben dem Zahnrad. Thank you. Hier, neben dem Zahnrad siehst du das. Cooler. Das ist ne Kerze und kein I. Nur was sollst du? Äh, äh, äh. Dankeschön. Wie kenne ich das? Dail-Eye. Ego-Glom. Unterholz auf das I. Ey, ich hab nur Kinderquests heute. So, Herr Waffel. Danke. Nur Nullquests heute. So auf die Kerze und nicht das I. Ja, Kerze. Danke, Anubis. Ja, wo ist denn noch einer, Mensch? So, nach dem Stream werde ich dann erstmal gleich mit dem Blue rausgehen. Mit dem kleinen Stinker. Ich hab so viele Namen für den. Unglaublich. Ich hab so viele Namen für den. Der Harry, Bert. Wo ist denn die, die harige Mama? Wieso macht der nicht ready? Wieso macht der nicht ready? Bringt ja nichts. Es gibt ja noch einer. Ah, reicht. Da kann ich ready tun, wie ich will. Okay, 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 okay. Was machst du denn da? Ich hab gerade eine Rechnung. Ich bezahle nichts. Nein, ein Einkaufszettel. Wir schauen deinen Stream dann nun auf den Beamer im Büro und futtern nebenher Käsespätzle. Was? Was? Käsespätzle? In Beamer das Büro darfst du behalten, gib die Spätzle rüber. Guten Appetit erstmal. Malzeit. Die Uhrzeit Käsespätzle. Die hauen rein. Ja, was denn sonst? Sind die wenigstens selbst gemacht? Und sind die vegan? Vegan wahrscheinlich. Käsespätzle, hallo. Es gibt auch Ersatzkäse. Vegan. Ja, der ist aber, ja, kann man mal machen, muss man. Muss man aber nicht. Ja, vor allen Dingen den Scheibenkäse als vegan, der ist richtig räudig. Also da kannst du auch gleich nichts essen. Ali, das kann ich nicht beurteilen, das werde ich auch niemals beurteilen. Nee, frisch geliefert. Oh mein Gott. Bevor ich einen veganen Käse fresse, schlachte ich die Kuh gleich aus dem Käse raus. Ohne Scheiß. Ey, du machst immer Sprüche, ist unglaublich. Ich weiß. Frisch geliefert, ja. Dann hoffe ich, dass das vernünftiges Lieferessen ist, ja. Ja, wie sieht's aus? Die Lobby scheint kaputt zu sein. Ja, dann lassen wir mal raus und noch mal in eine neue Lobby. Liebe Lobbier. Solltet ihr nicht mal langsam Feierabend machen, Mensch, schau mal auf die Uhr. Oder ist es euer Feierabend futtern? Also das neue Bild auf Insta ist richtig schön, Oni. Ohhhh. Und meins? Weit am Rhein. Ohhhh. Aber ich dachte, 20 Bucks und so. Ich bin ja der, der so... Erstmal schauen, was denn gepostet wurde. Support bis 23 Uhr. Chat ist meist gegen 21.15 Uhr. Zurestliche Zeit sind Tickets plus Marketing. Done. Also wir sind mal wieder in Frankfurt im Rechenzentrum. Alright. Achso, wir müssen alle ready klicken. LOL. Das ist ja ein Vorteil. Ja. Ja. Das ist das Taube. Ach, Herrgott. Aha. Junge. Und tschüss, Neo. Ja, weil der gerade den Ping sieht. Ja, klar. Jetzt ist aber jetzt egal. Wenn die bleibt, dann let's go. Ja, ganz schlimm. Ich kenn das. Ich kenn das. Anni. Ach, nicht 3N. Ja, ich... Ach, abes geblickt. Du tust mir so, so, so leid. Arschgeks. Arschgeks. Mag mich nicht. Ready, ready, ready. Es ist nur noch da diese... Lurie. Ah. Ja. Maybe it's time for California again. Maybe it's time for California again. English is very good. Ja. Ich hatte letztens auch eine Nachricht auf Social Media. Na, wie war es in New York? Und New York... Also New. Und dann mit J für York. Das fand ich sehr lustig. New York. New York. Wie war es in New York? New York, Alter. Happy New York. Happy New York. Ja, ja. Angst in New York. Boah, diese Dinger hier. My English is very well. Diese Kabel-Dinger. Wie heißen die? Wie heißen die? Wo meist so die Kabel drum gebunden sind. Haben die ein spezielles Wort? Guck mal, was ich gerade in die Cam halte. Was ich in die Cam halte, Mann! Warte, ich mach die mal kurz an. Das... Du meinst diesen kokischen Draht? Ja. Hat das einen bestimmten Namen? Kann das mal jemand googeln? Wickeldraht. Wickeldraht? Sicher das heißt Wickeldraht? Ziemlich. Leute, was sagen die Leute hier im Chat? Heißt das Wickeldraht? 20 Bucks dagegen. Ey, hör mal jetzt auf mit deinen 20 Bucks, ja. So wie ein Bucks hat das Spiel gar nicht mehr. So wie ein Bucks hat das Spiel gar nicht mehr. Aber... Er ist der... Der mit der Maske Meyers. Der mit der Maske. Das ist gut, Ani. Masken Meyers. Weil nur 30% aller Killer hier Masken haben. Masken Meyers. Rennt hinter der anderen nachher. An der Wic 6611. Okay. Er hat gestalkt. Er hat die mitgehauen. Das Arschgesicht. Was ist ein Generator? Wenn ich mich hier grad so umgucke und Anis Spruch von der Maske fällt mir grad was ein, aber das sag ich jetzt lieber nicht. Ah! Sie liegt. Ist auf die Nase gelegt. Warte, da höre ich doch was. Der ist direkt vor unserem Feld. Ja. Aber er ist doof. Er hat die Wic einfach fallen lassen. Hau ab Wic! Verpiss dich! Oh Gott, ich mach wieder den zweiten Generator und das heißt ich sterbe gleich. Alter, seid ihr da grad daneben oder was? Ja, ich stand direkt rechts neben dran. Hat sich den Generator gemacht. Ist er weg? 3 Meter. Ich weiß nicht. Weil einer hat's aufkommen. Ich guck mal. Jetzt weiß keiner im Chat wie das Ding heißt oder was? Also echt, ich bin enttäuscht. Jeder hat diese scheiß Dinger zu Hause, aber keiner weiß wie die heißen. Wo ist er denn? Ah, da steht er noch vor. Da steht er noch vor. Aber ich bin behind me. Ihr ratet gerade. Raten reicht mir nicht, Mensch. Ein bisschen wäre mir, Guys. Hat er dich? Er hat dich. Ich mach den beiden Generator und tot. Ist immer dasselbe. Er stoppt mich. Oh oh. I'm exposed. Wärst du eh wohl nicht gewesen, du warst schon eingeschlagen, Mann. Alles stimmt. Wiggle um dein Leben. Alter, wann hat dieses Wiggle eigentlich niemals? Wo geht der hin? Wo geht der hin? Nach links? Rechts. Also von euch aus links, ja. Warte, von mir aus? Er geht zum Medreschdresch. Ich glaub, die Wigd kommt zu dir. Ist noch bei mir. Er hat auch immer noch den Booth. Er ist bei dir? Ja. Fuck, 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 fuck. Ist er bei dir auch nicht? Ja, der war grad bei mir. Oh fuck. Was ist er denn jetzt? Der ist grad an mir vorbei. Der ist grad an mir vorbei. Rechts nach hinten weg da. Schnell hol mich vor der zweiten Phase. Schnell weg. Oh, weg. Weg. Boah, weh, er kommt jetzt. So dumm, Alter. Boah, Taube, Mann. Der hat mich losgeladen. Hängst du jetzt schon wieder, oder was? Ich bin aber jetzt tot, wenn der mich nochmal aufhängt. Wieso? Warst du so knapp davor? Er war schon in der zweiten Phase. Millisekunde vor der zweiten, äh, in der zweiten Phase geholt. Und dann mach ich wieder zwei Generatoren und bin ich tot. Es ist immer dasselbe. Oh, ich bin dann im Ausgang. Los. Alter, es ist so lächerlich. Pass auf, dass der nicht hier hinkommt, Alter. Der kommt hier hin. Pst. Mit links und von rechts. Da kommt er. Pass auf, Anni. Anni, Anni, weg. Lauf, Anni. Ja, lauf rein. Lauf rein. Hallo, Maja. Lauf rein. Ich bin voll durch die Dredge gefasst. GG. Guck mal, da schreibe ich auch GG. Oh, Taube. Oh. Oh. Ich bleib echt weit, Taube. Irgendwie. Are you traurig? Are you salty? Space Wolves. Play with your food. Minimal tilt. Save the best for last, hatte er. Und Dying Light. Die Sau. Er schreibt gar nichts. Vielleicht mag er uns nicht mehr. Na, habt ihr die Käsespätzle schon aufgefuddert? Noll, Herzog zockt was anderes. Die Sau. Danke, Next. Danke, Next. So. I don't know. So, wartet mal. Ich mach mal hier eben weiter. Das will ich auf jeden Fall. Komplexe. Quatsch. 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 Nein! Nein! Ah! dann machen wir halt den scheiß also es kann ja nicht sein ja das hast du gesagt marien wie das heißt dieses ding was um die wat für ein draht in der draht wickel draht nö was hast du noch gesagt binde draht du hast gelogen draht und der killer ist nicht ready ja die da binde draht twist band bindestreifen heißen die twisties 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 guck mal jetzt da beauftrage ich den chat ja um zu schauen was hier abgeht ich finde es komisch dass strobel nicht da ist was sagt ihr also dass er so gar nicht da ist vielleicht hat er real life ein date wer weiß glaubst er hat ein date wenn er kein date hat dann bin ich sauer was war mit sauer hübsches ding also sind wir schon wieder auf dieser scheiß mit ohne wirklich wird das ist mal stehren komm mal schwingen anrufen was ist die 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 witsch die witsch als ne die rumpf die rumfliegt die nöse naja ich jetzt erkenne ich es auch Ich hab hier Heartbeat. Na, danke. Ajo, das ist die Nurse. Okay. Alter, die gibt mir so ein bisschen. Was? Ich bin nicht der Erste? Ich bin nur drei Meter neben dem scheiß Heartbeat. Ich kann kotzen. Warte, wir sind nicht weit weg von dir. Wo läuft sie hin? Nach links? Keine Ahnung, sie hat sich weckt. Sie ist gerade in der Höhe von einem kleinen Windrecht. Aber wohin? Keine Ahnung. Taube, bist du das neben mir? Jetzt willst du zu euch kommen. Wir waren kurz davor. Okay, viel Spaß beim Date. Um 22 Uhr. Was macht ihr? Netflix sind chill. Pass auf, ich komm zu dir. Na toll, jetzt wurdest du schon geholfen. Pass auf, Martin, er geht so in deine Richtung. Ja, der tunnelt auch wieder. Wirst mich verarschen. Das macht dir Angst, wieso? Das ist doch auch wieder so ein Spacken der Tonne. Pass auf, wir sind da, wo du gerade abgehängt wurdest. Also geh hier weg. Da ist gut in die Richtung. Ich weiß, ich hab euch gesehen. Aber ich hab sie verloren. Ich glaub, sie sind ja Taube. Ich seh sie auf jeden Fall gerade nicht. Gern, Puppe. Hallo, Grohlo. Oh, wer war das? Moi. Juhu. Ari, den machen wir. Was? Was? rauchen ist ungesund ich werde ich froh auch ich bin in der nähe von diesem baum wo alle hängen die war direkt zwischendrin bei dir direkt da in dem linken aber die ist nicht mehr da oder doch ich hab grad gar kein heartbeat doch hast du nein ich kann ich auf dem ding steht so und sie ist bei euch ich bin nur an einem ja die sind die zweite das ist taube und taube ist gehittet mein erster kopf dreh dich auf danke mein ernst fucking series sind jetzt beide geteilt oder was welchen habt ihr denn an der generatoren ist gleich durch sie läuft durchs feld ich weiß ich weiß ich bin da und nicht zu uns laut bitte wenn sie wieder ist wieso schreit ihr so pass auf sie kommt zu ihr zu mir weil sie ist wieder in der taube her zack nächste dauern ihr seid irgendwie lustig ist genau bei euch vor der tür ja die steht vor der tür ich mache mal ein ablenkungsmanöver sie kommt taube kommt zum anderen ausgang ja hier da du läufst schon in die richtige richtung kommt 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 ja toll ich könnte rekommelt werden kommt lauf einfach ihr seid schweine oh das wollte ich nicht verdammt verbrechen also ich wollte nicht rein weil er ging der charakter rein er hat auch nur analysis calling wenn die 20 meter in dem ding sind dann hören die nur krabbel krabbel zum anderen ausgang da geradeaus ja genau ich weiß aber ich habe hier ich darf mich nicht so viel bewegen wenn sie in der nähe ist sie wollen stehen bleiben ich schaffst das ich könnte wie kann man werden rennen beide raus steht er doch gar nicht das gefühl dass hier die krabbel auf das wäre so geil und längst da sein vor allen dingen da steht da steht auch nur feindler jetzt ich glaube er weiß wo du bist ja er hat den perk dass er halt sieht wo die leute sind wenn die 20 wieso ging das schruggler weinert Oh. What? Gegeben, Mr. Nose. Siehst du, ich hing nicht. So. Eine Runde noch, dann ist vorbei, Leute. Lass die einfach sterben, Schweine. Die haben Kenny getötet. Nein, zu wenig Punkte. Thank you. Next. Okay, I'm ready. Gelernte Rettungsassistent. Sehr schön. Achso. Gelernte Rettungsassistent. Tja. Den einzigen Kontakt. Wenn sie gleich eine Rettungsassistentin ist, verschluck dich am Popcorn. Das ist ein R. Dann eben. Ein R. Vor allen Dingen, warum Popcorn? Wenn sie viel gucken, Popcorn. Das ist jetzt eh die letzte Runde, boys. Das nächste Mal kannst du gerne mitmachen. Rollo. 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 Hala. Bin ich das, oder was? Ja, das machst du. Ich hör mich echt scheiße an. First I need to go to the doctor. Ja. Ja. Ist wichtig, doch. Ich find das aber auch, wenn man sich selbst hört, hört man sich immer doof an. Finde ich nicht. Tschüss. Viel Spaß beim Date. Findest du dich hoch-heronisch? Hoch-heronisch. Was gefällt mir? Halt, stopp. Miau, Deadpool, was geht? Guck, meine kleinen Netten, der Räge. Der Grohlo, der lacht über dich, Mensch. Für mich auch. What the fuck geht ab? Was? Okay, der Abend ist nun hin. Oh, come on. Wo ist Hosting.de? Wo ist der Rettungsassistent? Das würde mich mal interessieren. Oh, der rohlt. Ja. Ja, er ist gelernter, aber er macht das nicht mehr. So, ach so. Der hat's nur gelernt, du. So, ich hab's ja kommen mit Eishetisch. Ja, Martin, geht's noch? Du laberst uns, du laberst uns die ganze Zeit vor mit irgendwelchen Sachen. Statt Euskirchen. Statt Euskirchen. Euskirche? Euskirche. Euskirche. Ja, ich find's halt auch geil. Ich bin wieder aus Pause gefahren, nach Hause, zum Essen. Na toll, der Glöckner. Glöcki, die Glöck. Wo ist er? Bei mir. Hä, lol. Wo wird er wohl sein, wenn ich sag, der Glöckner? Zu Notre-Dameus. Hau ab, du Penner. Fluchgeerbt. Hallo. Klöcknerbt, komm her. Übernimm mal, der kommt gerade. Er hat mich aber nicht gesehen. Ey, die Schweine ist da. Verpiss dich, du Glöckner. Ich will nicht. Öh, der Knödel. Ich renne extra Presse in der Klöcknerin vorbei. Und was passiert, der Handel auch. Ja, das war echt lustig. Der ist echt voll an mir vorbeigelatscht. Tschüss. Er läuft einen großen Bogen um mich herum. Zu dir. Anni, weg. Achtung. Der läuft hier rum, der. Der läuft nur hier rum? Bei dir? Ja, der läuft in großen Kreisen um mich herum. Wart er jetzt immer noch? Ja. Ja, jetzt hinten inzwischen den Holzdingern. Jetzt ist er bei den, äh... Beim Shack? Nein, hier zwischen den Autos. Beim Auto, hinterm Auto. Vergiss es, der läuft hier rum. Er kennt. Warst du das jetzt gerade, Taube? Taube? Ja, ja, hast du. Hast du gerade den Generator gemacht? Ich weiß jetzt nicht, ob er noch da ist oder nicht. Und ich stehe gleich in zwei. Ich habe den Generator gemacht. Hier, ich war direkt links nebenan. Komm mal hier rein. Dann helfen wir mal beim anderen. Äh, ne. Der ist noch bei dir. Wer hat dich abgehangen? Die andere Klobett hier. Nett. Gibt Klo, Klo net. Ist er noch da? Keine Ahnung, wo er ist. Ich habe keinen Abbild hier. Okay. Ich kann weiter machen, komm. Er ist bei der anderen Klobett. Hallo. Gude. Okay, das ist weit weg. Er hat es wiedergelegt. Kamerat und hier rein. Ja, und dann muss er wieder gehen. Natürlich. Na, ist der gut. Hier, der nächste. Und machen Generator. Ja, einer von euch muss hingehen und so abhängen oder nicht rein. Ja, okay. Hier sind wir. Oh, er ist bei uns. Ich heile sie. Wo ist sie? Da hinten in der Ecke hängt sie hinter dem Ding. Hinter dir. Jetzt sehe ich sie auch wieder. Es war gerade kurz weg. Ich so, hä? Oh, diese Taschenlampe ist so schlecht. Hau ab. Verpiss dich. Sag, wenn er weg ist. Sag, wenn er weg ist. Ich bin in der zweiten Phase. Ich kann das nicht sagen. Hallo, bleib stehen. Du bist schon in der zweiten Phase, oder was? Ja, klar. Ich häng ja schon zum zweiten Phase. Ich bin echt oben auf dem Stein und guck drum. Unsichtbar. Du bist wieder bei mir. Ich nehm dir. Wenn er weg gibt, geh schon vom Tübbel. Da ist er. Da ist er. Ach, Bruder. Gott, ich bin tot. Ich sei tot. Hier. Hier. Er kommt zum Baum. Komm zum Baum. Da sind wir. Hat er jetzt echt rumgecampt? Ja. Er läuft die ganze Zeit nur größere Kreise um einen Kronen. Wenn er die Kronen aufwägt. So, was ein Krat noch... Er kommt! Ach, und krass dies. Nur ganz kurz auf. Ah! 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 leuchtet auch noch so schön. Hey Leute, jetzt packt's rum. Pass auf, egal wer jetzt bei mir gerade ist. Shang! Er geht der anderen Clodet hinterher. Ah! Machst du grad'n Jen? Ja. Der ist doch spätisch. Okay, die andere Clodet ist gerade auf der Jagd. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt ein böser Trapper. Das ist nicht der Trapper. Das ist weiß. Ich kann mir die Mahne an mir machen. Reden kann ich auch nicht. Das Gefühl. Wenn ich jetzt zu dir komme, wir beide sterben. Ah, dann mach's nicht. Ich probier jetzt 4%. 4%! Der Sack hat geflüstert. Was? Geflüstert. Wenn der in die Nähe von den Überlebenden kommen, kriegt der die Voice, dass irgendwo einer da ist. das ist nicht so. Das ist auch hart. Das ist mir so leid. Das tut mir so leid. Bleib da, bleib da und mach nichts! Schon sterben den Überlebenden an, wenn sie sich innerhalb von 36 Kilometern fühlen. Also weiß er gerade, wo Tauben ist, oder was? Ja. Wenn er angeschlagen ist, ja. Find the hatch! Find the hatch! Ja, ja. Okay. Tschau! Bist du raus? Nein. Und er endet. Struggle, solange ich hab. Sagt er und stirbt.